Hallo Leute, Apple hat mit WatchOS 9.3 ein neues Update für die Apple Watch veröffentlicht und in diesem Video zeige ich euch kurz und kompakt alles, was ihr darüber wissen müsst. Unter WatchOS 9.3 gibt es mal ein neues Zifferblatt. Passend zum Black History Month gibt es jetzt, hier gleich unter den neuen Zifferblättern zu finden, ein neues Unity Zifferblatt, genannt Unity Mosaik. Hier kann ich mal zwischen zwei Stilen wählen, Hintergrund an oder aus. Neben Schwarz, oder besser gesagt Schwarz-Weiß, habe ich hier auch verschiedene Farben zur Auswahl. Also die eine vierte Farbe neben Schwarz, Rot und Grün kann ich dann hier noch anpassen. Und das war es eigentlich auch schon. So sieht das Zifferblatt dann aus, drehe ich die Apple Watch weg und nutze Always On, dann sieht das im gedimmten Zustand so aus. Es werden nur die Umrisse der Ziffern angezeigt und wird das Display aktiviert, bekomme ich dann eben diese Vollbildansicht. So sah das mal mit Farbe aus, hier auch nochmal ganz kurz die Variante in Schwarz. Und genau dazu passend gibt es auf dem iPhone unter 16.3 jetzt auch ein neues Unity Hintergrundbild. Wir sehen, das alte Unity Bild ist nach wie vor da, es gibt jetzt aber eine neue Kategorie namens Unity mit eben diesem neuen Hintergrundbild, welches vom Stil her ähnlich wie auf der Apple Watch ist und im Grunde genommen auch die gleiche Farbauswahl hat. Aber das ist immer noch nicht alles. Zu all dem passend gibt es auch noch ein neues Armband für die Apple Watch. Das Sportloop gibt es jetzt auch in so einer neuen Unity Version mit einem Muster, das im Endeffekt dann auch zu diesem neuen Zifferblatt auf der Apple Watch passt. Das macht dann also insgesamt drei. Manche erinnern sich vielleicht noch, es ist schon vorgekommen, dass Apple ein Unity Zifferblatt mit einem dazupassenden Apple Watch Armourn vorgestellt hat. All die neu erschienenen Updates bringen jetzt auch Unterstützung für den neuen HomePod der zweiten Generation mit sich. Am wichtigsten sind dabei sicherlich immer noch iOS und iPadOS 16.3, da der HomePod ja im Endeffekt über ein iPhone oder iPad eingerichtet wird. Aber Apple Watch Besitzern, die sich so einen neuen HomePod kaufen, empfehle ich schon auch WatchOS 9.3 zu installieren. Unter diesem Apple Watch Update gibt es nicht allzu viele sichtbare Veränderungen oder neue Funktionen. Es scheint sehr viel intern zu passieren. Das Update ist bei mir mit rund 300 MB auch nicht so groß, aber auch nicht gerade klein. Und allgemein wurde bereits unter der Beta-Phase gesagt, dass sich dieses Update vorrangig um Fehlerbebungen, Stabilitätsverbesserungen und allgemeine Optimierungen von WatchOS 9 kümmern soll. Unter anderem ist hier und da von einer Optimierung der Bluetooth-Verbindung die Rede. Also wer Probleme in der Hinsicht hat, bei dem könnte das Update vielleicht helfen. Die allgemeine Verbindung zu AirPods, der Verbindungsaufbau, sowie auch die Stabilität der Verbindung soll angeblich mit WatchOS 9.3 optimiert worden sein. Ich teste das jetzt jedenfalls hier mal nur ganz kurz und stelle fest, dass im Grunde genommen alles wunderbar funktioniert. Also im Allgemeinen scheint sich WatchOS 9.3 vorrangig um Bugs zu kümmern. Das heißt, wer noch fehl auf seiner Apple Watch hat, bei wem WatchOS 9 nicht zufriedenstellend läuft, bei dem könnte dieses Update vielleicht helfen. Von Akku-Problemen wird bei weitem nicht mehr so häufig berichtet wie am Anfang unter WatchOS 9. Das scheint inzwischen eindeutig besser geworden zu sein. Es gibt aber immer noch Nutzer, die mit ihrer Akkulaufzeit nicht zufrieden sind oder meinen, dass es noch schlechter ist als unter WatchOS 8. Also wer weiß, vielleicht optimiert WatchOS 9.3 auch noch die Akkulaufzeit weiter. Wie sieht es mit geschlossenen Sicherheitslücken aus? Da gibt es inzwischen auch schon Infos zu iOS und iPadOS 16.3. Die Liste hat Apple inzwischen veröffentlicht, das heißt, das kann ich euch hier auch mal kurz zeigen und wir sehen, da gibt es doch eine schöne Liste an geschlossenen Sicherheitslücken in den verschiedensten Kategorien. Und bezüglich WatchOS 9.3 sieht es sehr ähnlich aus. Auch da sehen wir eine Liste an verschiedensten Sicherheitslücken, die mit diesem Update geschlossen wurden. Und wie ich immer gerne sage, alleine deswegen wäre es, finde ich, schon empfehlenswert, so ein Update zu installieren. Ich persönlich habe in letzter Zeit eigentlich überwiegend positive Erfahrungen mit WatchOS 9 auf meiner Apple Watch gemacht. Sowohl hinsichtlich Performance als auch Stabilität, Akkulaufzeit und auch hinsichtlich Fehler. Also Bugs begegnen mir im Alltag eigentlich kaum. Aber wir wissen ja, die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Nicht bei allen läuft es gut. Deswegen könnt ihr am Ende auch wie immer eure Erfahrungen mit WatchOS 9 in die Kommentare schreiben. Und vor allem auch, ob sich nach dem Update auf 9.3 bei euch irgendetwas spürbar verbessert hat. Das war dann auch schon alles, was ihr zu diesem Update wissen müsst. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.